So Lieblingsfreude, Willkommen zum EU-Siege gegen New Generation und Conquest. Ja, was ist hier markiert? Kapit. Nix für mich auf jeden Fall. Was haben wir da noch? Gott, ehrlich, oder? Ich vermisse irgendwie so diese G1-Sieges oder so, wo du einfach wirklich, keine Ahnung, hier herumtrollen kannst und wo halt irgendwie zusammengewürfelter Crap einfach steht. Und alles ist irgendwie easy und ja, naja, dann werden wir halt irgendwie gut agilis sein und hier vielleicht was attacken. Na gut, warum nicht hier nochmal Wasser, was heißt nochmal, ja, Wasser Twins und Chloe. Aber ja eben nochmal so wie beim letzten Mal irgendwie, dass man vielleicht Turn 1, keine Fanatic machen mit Chloe. Und dass das Google Rock runterkommt, in der Hoffnung halt, dass er nicht beigeklappt oder so. Schau, bin ich ein Idiot? Oh. Was sage ich gerade, bin ich behindert? Okay. Ich bin schon, oh mein Gott, kein Defense Break. Ich bin ziemlich müde. Ja, aber... Na gut. Er war jetzt einfach schon so automatisiert. Das ist ja... So, der Break. Nice. Und wie killen wir jetzt den Skögel? So mal nicht. Aber wir haben wieder Fanatic Ready nächste Runde. Oh, er hat immer noch keinen Rock. So, wenn wir Death Break landen, was wir natürlich nicht tun. Okay. So. So. Jetzt aber. Also, das wäre eigentlich der Plan bei der ersten Runde gewesen. Aber hey. So. Ich weiß, dass ich gerade keinen zweiten Skil gemacht habe, aber macht ja nichts. Na gut. Ja. Hat trotzdem gereicht, ne? Na gut, ich mache hier so einen H mit hier. Unser Bella Savannah, so eine Nana Iris, wenn er... Oder ist es eine gute Idee? Irgendwie nein, ja? Irgendwie überhaupt nicht. Weil wir einfach nichts nuken. Also, wir nuken schon, aber halt. Naja. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass die Iris irgendwie nicht auszuckt. Ja, irgendwie. Na gut. So, Savino. Okay. Ja, definitiv. Auf seine Savino gehen wir mal zum Dismounten. So. Ja, dann würde ich den Iris lieben, aber ich tue es nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich es doch gemacht. Aber, naja, wer hätte es wissen können. So. Dann, ja. Nix mit Revenge schon wieder. Okay. Dann, 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 dann. Okay, okay. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass seine Savino... Ja, auf Wunser geht, weil er halt lose de HP hat, aber... Ich glaube zwar jetzt nicht, dass sie irgendwie in One-Shotten wird, aber das Behinderte ist. Wenn seine Savino, wenn er mein Wunser killt, dann kriegt die Drexnana wieder in Stack, deswegen finischt man einfach die Savino. So, wir taggen nicht. Natürlich, okay. Hat sich, hat sich wieder ausgeglichen. Hör auf zum Revenge schon die ganze Zeit. Kill. Okay. Ja, wir machen einmal die Stoßkanone, auch wenn es sich eigentlich nicht lohnt, aber hier. Also, saug sie aus und... Piu-piu. Naja. Habe ich mir irgendwie trotzdem... Also, habe ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt, muss ich echt zugeben. Okay, da habe ich was gefunden. Windpandat, Chandra und Perna, ja. Mit Kali und... Äh, den anderen beiden hier halt, ne. So. Ehe in der Hoffnung, dass wieder irgendwas nicht Willrunen hat. Also, irgendwas sollte sicher keine Willrunen haben. Oh mein Gott, wer macht sowas? Was ist das, Alter? Sogar... Ich lasse mir Perna einreden, ja. Guardian Skin Perna, ich meine, du hast wahrscheinlich eh gekauft, aber ist ja wurscht, ja. Windpandat, schau, schau. Was ist das, du? Ja, was ist das für ein Scheiß? Wieso macht er nicht sein... Seinen zweiten Skill, hm? Defense Break into Perna, ja, gleich. Na gut, okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass Genni gleich nicht mehr da sein wird. Kann man irgendwie dich killen? Hm. Na gut. Unser Glück war, dass Perna gerade keinen zweiten Skill gemacht hat, sondern nur ersten Skill. Hahaha. So. Ja. Rooste dich. Resette dich. Ja, Killperna, oder? Oh mein Gott, das gibt's auch nicht. So. Diese komische Perna minus Feuer Damage Reduction, ne? Was ist denn da los? Okay. Okay. So, Killers Scheiß-Teil. Kein Bock mehr. Ähm. Ähm. Hör auf. Hör auf. Resette ihn halt. Das ist eigentlich... Allies machen. So. Was war jetzt besser, hm? Kann ich mit zweiten Skill auf Chandra in der Hoffnung, dass ich Crittle oder zweiten Skill am Windpanda. Ich mach zweiten Skill auf Windpanda. Ich mach den zweiten Skill auf Windpanda. Naja, war irgendwie auch nicht so viel Damage, hm? Ja. So. Ja. Ich mach genau das gleiche irgendwie nochmal, hm? Ja. Ja. Unser Genni lebt immer noch. Ja, komm. Kill him. Okay. Unser Genni lebt gleich nicht mehr. Aber halb so wild. Ja, Kali wird später sind sie jetzt dann irgendwie Solo gewinnen, falls es notwendig wäre. Ich soll Skills nutzen, aber... Wozu? Ab nochmal. Chandra und Windpanda auf Will. Wahnsinn. Okay, ich überlege irgendwie grad. Ich mein, ich mach's, ja. Aber... Es gibt ein kleines Problem. Nämlich... Laika. Ja, aber komm. Also... Die Katarina ist eh relativ tanky, also kann man nichts sagen. Na, Laika kommt halt irgendwie eben mit Justice halt durch. Aber... Die Laika, ja, ist ja auch nicht die Beste. Okay. Laika. Ha. Noob. Okay. Ja, was machen wir, ha? Wenn Target mal... Ja, Target... 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 Target Windpanda. Und am besten... Na ja, Laika nicht. Woosa wäre gut gewesen. Ja, und dann noch irgendwie zwei... Dann noch zwei Laika. Na, plötzlich zwei Windpanda. Woosa buffed halt jetzt auch. Es ist ur-rush. Na gut, wir machen's halt. Carrie wenscht mich nicht. Gott. Naja. Boah. Boah. Scheiße, ha? Fuck. Vielleicht hätte ich doch... Woosa targeten sollen, ha? Na gut, wir machen ihn halt nochmal hier mit dem Team. Kennt er eh. Ähm... Ja, schade. Ich mein... Was ist mit dem scheiß Woosa? Urnervig. Na gut, scheiß drauf. Killing. So... Buff Transfer auf dich. Boom, boom. Ich mein, ich wollte das Team sowieso... Äh... Nachher nochmal usen. Also dieses da, weil es gibt irgendwie noch so'n... Noch so'ne Defense in dem Tower hier, ne? Aber... Deswegen halt das Catarina Team. Ja, war halt scheiß irgendwie, weil er halt wirklich... Naja, zwei in den Windpenner gegangen sind. Ich hätte halt... Habe überlegt, ob ich nicht irgendwie Woosa targete, oder? Aber ja. Hat sogar noch überlebt, der Kollege. Aber jetzt nicht mehr. So. Ja. Lass ihn Wreck essen. Warum nicht? So. Stunning. Tut sogar, was man ihm sagte. So. Und finish ihn. Na gut. Ja. Katerina halt, ne? Was Salz. Na gut. Ja, war man hier mit... Iris und Rogue Siarra halt, ne? Iris, Rogue Siarra... Passt schon. Passt schon. So. Iris. Einmal Multi-Hits für Laika und alles. Einmal Team-Up mit Rogue und Iris. Multi-Hit und bla bla. Bla 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 bla. So haben wir schon... Ja, lass auf Laika gehen, hm? Oh, nice. Oh, scheiße, hm? Dieser verdammte Booster. Urnervig, dass er einfach nicht seinen dritten Skill macht, hm? Na gut. Lass ihn irgendwie silencen. Ja, das Problem ist... Ja. Ich glaube, dass Laika auf jeden Fall Rogue One-Shotten würde, wenn er Justice macht. Aber... Hat ihm so... Hat ihm gerade so ein paar Mal gekitzelt, irgendwie. Ja. Nice. Double Stun. Okay. Kill ihn. Echt nicht schlecht, irgendwie, das Team in der Offense, hm? Könnte ich selbst irgendwie nachbauen. Habe ich hier beim letzten Mal auch schon gesagt. Müsste ich halt nur irgendwie Rogue umruhen, ne? Aber... Na ja. Na gut. 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 boah, okay, was lieb erst dieser Hulz Molong, aber wenigstens, dieser Hulz Perna, verdammte Scheiße, nein oh mein Gott, ach Gott, hier, erst dieser Perna, was geht denn ab, jedes Mal stunnen, why are you broke, why are you broke ja was, was ist denn scheiß hörst du bei, oh, ja, da gibt unglaublich, wirklich, na gut, warum nicht, nochmal den Typen hier mit Wassermaki, Frano, Ryan ja, ist ein bisschen fishy, fishy, fishy weil wir irgendwie so kein Molong Tank irgendwie haben, irgendwas wird halt Reckless fressen und, aber ich hatte irgendwie gerade Bock, das zu machen ich glaube, wir sind irgendwie zu langsam, so ein ganz kleines bisschen oh, wow, ja, nice, Ryan ja, bei mir ist halt der Markkiss auch nicht dabei, oder irgendwas, ne aber können wir dich killen oh mein gott macht auch damage okay nice ist dann die betta ja das wenn du sogar perna aus bietet wenn nix hilft mit multi overpowered teams auspacken fangin perna scheiß of emilia geldnir geldnir above the geldnir nope so yo nice reckless yo nice things woomster ok können wir trotzdem critten obwohl wir anti-crit geflagert haben aber nicht gequittet unglaublich nice irgendwie wie wir stacks für free bekommen ne so damage ja ist was oi da wenn meine perna mal jedes mal stunnen wird mit mit skill 1 ja ist und schon wieder what the fuck einfach nur aber wahnsinn widerstanden das kill das teile dieses scheiß betta proche unsere stacks unnötig zauber keine ja ist oi unglaublich was ist mit dem mal da geh lotto spielen bastard wirklich what the fuck oh mein gott schaust dir an was ist mit dem falle um du mongophil ist dir wieder second life na natürlich natürlich christian bist du einfach zu gut für mich der typ kein spaß oh mong der der windpender defense break ne sicher und wieder aber unsere windpender schafft es irgendwie nie keiner zum death break ne oh und nochmal dreimal hintereinander oh wahnsinn oh mein gott er ist der easyste combo ever ja einfach poseidon und fertig aber einmal nicht ja da ist das für ein punzer kein spaß ja mädach dass du nur bist du scheiße was soll man jetzt noch machen was soll man machen mit dem napta ja naja oliver habe ich auch keinen bock was soll man machen mit dir hm hm ich habe keine ahnung irgendwie dachte ich vorher so ein verrat irgendwas mit verrat aber hier sind wir auch scheiße also ich weiß nicht was man mit dem machen karl ist scheiße oliver ist scheiße ein junges kacke vienna ist kacke hier sind wir auch kacke ja ja praja karl von mir aus scheiß drauf und und ja das wäre gerade nehmen können oder oder ja oder aber warum nicht ja ist ja wirst ok also praja auf die auf destroy ganz ganz wild wobei der muss dann wieder alles tanken das ist auch scheiße naja ja von hier mal irgendwie noch ein viertes mal ja ja das problem ist jetzt was soll ich machen wenn ich wenn ich wenn ich strip oder wenn ich nicht strip und und halt dann im verrat verkackt oder so in die richtung ja 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 komm wie viel ich habe vergessen wie viel accuracy haben wir ja komm genau das war es was ich gemeint habe genau das war es was ich gemeint habe ja es ist so ruhig das ist schon death break of a rat der eh kein damage macht sag ich mal ne keine ahnung keine ahnung ich meine praja ist halt auf auf destroy ne ja ja ob ich sollte eigentlich natürlich stand am last hit so genius einfach wirklich diese diese wetter auch wirklich unglaublich ja keine ahnung typ ist einfach zu gut das ist unglaublich wirklich wahnsinn ja gut angefangen schlecht geendet beim nächsten mal